Willkommen zurück bei Attack on Titan. Wir sind letzte Folge gestorben, dann habe ich leider nicht weiter gespielt. Jetzt wollen wir das einfach nochmal probieren. Es lädt wieder, es lädt wieder und ich finde, dass Mikasa auch echt gut gemacht wurde. Das ganze Spiel ist einfach klasse gemacht und es gab ja schon mal von Fans ein gemachtes Attack on Titan. Und das war allerdings schwieriger. Das dürfen wir alles normal machen. Ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Sonst brüllt Erin mich wieder an. Ja, sie weiß ja nicht, dass er... Ham, ham, ham. Ich spiele Mikasa. Das wissen wir. Ähm. Hier kann ich kaufen. Ah, da, 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 da. Wir brauchen... Ja. So, versteckte Klingel. Okay. Geld haben wir jetzt nicht mehr. Ja, du brauchst ja gar nicht mit mir schimpfen. Ich bin ja schon dabei, aber das Thema hatten wir ja bereits. Die anderen Regimenter der Nachhut kämpfen einen skiaussichtslosen Kampf. Es ist unsere Pflicht, die Einwohner vor Titan zu schützen. Ist das klar? Verstanden. Wir rücken aus, Ackermann. Bist du bereit? Yes, Sir. Los, Beeilung. Ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht sterbe. Ähm. Ich versuche darauf zu achten, dass ich ausreichend Gegenstände mithabe. Aber ich muss zwischendurch doch tatsächlich echt mal zum Logistiker, um mir ein paar Sachen zu holen, weil wir das sonst nicht schaffen werden. Kann man das überspringen? Ja, das haben wir ja bereits gesehen. Ah, ja, das wissen wir ja. Das wissen wir auch. Oh, nein. Irgendwie klappt, dass du denn nicht so ließ sollst. Nein. Warum macht ihr nicht das, was du sollst? Okay. Das Feinten ist weg. Ich würde gerne mal den Macken hier kriegen. Okay, einmal konzentrieren. Gehen, weg. Warum macht sie nicht das, was du sollst? Der ist weg. Das ist sehr gut. Komm jetzt. Einmal nochmal. Komm, 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 komm. Ja, das ist sehr gut. Okay, ist denn noch mehr Abnorme da? Ja, das wissen wir. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Es wird nämlich noch immer schlimmer. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Ich bin jetzt echt brand vorbei. Moment mal, also das ist ja hier wieder nicht wahr, ne? Wo ist er denn jetzt? Da. Der Arm ist weg. Ich würde gerne erstmal die Beine nehmen. Komm. Sollte mal da verschwinden, ne? Toll. Wir werden von... Na. Mach doch jetzt mal. Blöde Puh. Komm, 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 komm. Ja. Das war schon mal sehr gut. Blöde Puh. Okay, der ist weg. Jetzt schnell zum nächsten. Falls ich ein paar Materialien immer sehe. Bitte verzeiht mir. Also es ist immer noch... Wo ist das denn hier? Da. Der macht ja gar nicht so kleine Mann. Der war doch voll krass. Du wolltest ja nur da rein, aber sonst hat er ja nichts gefahren. Das ging gut. Das ging gut. Ich muss noch mal drauf achten. Komm, hoch, hoch, hoch. Komm jetzt. Ja, danke. Ich gehe jetzt hier rum. So, erstmal... ...müsste ich mal das... ...eine Klinge nehme ich aufgeschmissen. ...und dann mal drauf achten. Das ist gleich. Oh, das ist so schön gemacht. Das ist so schön. Hallo? Hallo? Wo denn? Ich bin doch hier, aber hier ist ja nichts. Echt, da drüben? Soll ich mich verkack eiern, oder was? Ja, auch wenn... ...da. Oh, hi. Komm, 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 komm. Okay, arm ist weg. Ich muss mich däschern. Mach das. Das war auch schon mal sehr schön. Arm ist weg. Beine ist weg. Oh. Ja, ich weiß eigentlich nicht, dass ich mich erstmal auf den anderen konzentrieren kann, aber... ...komm jetzt. Ihr solltet sich mal bitte nicht regenerieren. Oh nein. Komm jetzt. Der ist weg, das ist gut. Okay, jetzt nehmen wir das Tiefen hier vor. Bam, dein weg. Sehr gut. Habe. Also es sieht gerade echt nicht schlecht für uns aus. Nein, ich schulde ich mir nichts. Ja, es wird alles gut. Darüber. Ich muss nur darauf achten, dass ich doch tatsächlich mir ein bisschen Material hole, weil... und es geht das Gas aus an unserem 3D-Manüber. Und das ist ein bisschen schlecht. Okay, das ist schon mal sehr schön. Okay, das ist schon mal sehr schön. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich sehe leider gerade gar nichts. Okay, guck, 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 guck. Das ist auch weg. Und jetzt? Komm. Wir dürfen uns nicht fangen lassen. Bitte nicht. Sehr gut. Jetzt bringen wir uns den Roten hier vor. Ich sollte das mal aufheben. Ah, eine Heilung. Das ist auch schon mal sehr gut. Das ist sehr zufrieden mit. Aber ich brauche definitiv mehr Gas. Guck mal. Und diese Klinge ist jetzt aufgebraucht. Ich muss mal schnell eine neue ausrüsten. Und ich hoffe, dass wir das jetzt... War das nicht der Vogel, der uns gefiltert hat? Sehr gut. Ah, Gott sei Dank. Haben wir auch hinbekommen. Die sind gerettet. Und jetzt, glaube ich, explodiert nochmal alles. Und jetzt kommen nur noch Titanen. War mir nicht so. Ja. Super, wir haben die Sache irgendwie verstanden. Ja, das ist schon mal sehr gut. So. Einmal ein paar Leute anwenden. Niemals verkehrt. Leute, ich brauche... Ah, shit. Ich brauche Gas. Ganz kurz haben wir hier ein paar Logistiker. Geht hier. Ich finde, das Vogel ist gar nicht immer so einfach. Ich sehe hier auch gerade kein Logistiker auf der Karte. Die müssen wir das eben nicht so hinbekommen. Ich finde es auch gar nicht so einfach jedes Mal, über die Dächer zu fliegen. Ach, kommt das, ne? Ah. Das war's für heute. Ich möchte jetzt nicht überspringen, es tut mir leid. Ich habe die Schmerzen des 34-Mars, was ich für eine sehr viele Schmerzen geschehen! Ich habe... ... ... ... ... ... ... ... ... Armi, du bist jetzt nicht so gefährlich. Ich bin... Das ist sehr, 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 sehr. Ich werde nur ein paar Menschen, die da der Küchenchen werden. Sie sind nur ein Widerstand, oder? Sie sind nur ein Widerstand und ein Widerstand. Wenn man hier an oder an, was man hier an, was man hier an, was man hier an. Ich schaue mich an! Ich habe mich überrascht. Hey! Ich bin nur mit einem Mann! Wof, look at the capital. Und jetzt? Scheiße, ich muss doch da doch umgehen. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Mann, geht doch mal weg jetzt. Ich habe kein Gas mehr. Ich bin echt verzweifelt. Der hält sich fast dann jetzt ohne Gas. Nein, doch bitte nicht da runter. Ich habe schlecht ohne Gas. Komm her. Komm her. Okay. Bevor ich mich zum nächsten Hilferuf aufeile. Ich muss sie erst mal vernichten. Das nützt nichts. Komm her. Komm her. Komm her. irgendwie hingekommen. Ah, das ist das noch nicht. Ich habe null Gas mehr. Doch! Komm, 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 komm! Okay, klingeln! So ist es gut. Wir sind weg und weiter geht. So soll es doch sein, liebe Freunde. Der ist auch weg, der Arm. Komm, komm, komm! Wäre gerne ein bisschen sparbar mit dem Gas, muss ich bestehen, aber es ist da. Mach doch jetzt! So. Okay, wirklich, wirklich. Kommt davon, packt das Bein weg. Sehr schön. Und jetzt bitte einmal den Nacken. Super, der ist auch in der Nacken. So. So gefällt mir das doch. Komm, 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 komm. Okay. Das Bein haben wir auch vernetzen. Immer schön in die Kniescheibe. Und nochmal schön in die Kniescheibe. Und jetzt bitte einmal den Nacken. Komm, jetzt. Komm. Mikasa. Mikasa. Was macht das Sam jetzt schon wieder mit mir? Okay. Danke. Hat er noch irgendwas für mich? Ich weiß, ich sollte die Nebenmission auch noch machen. Oh. 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 Ich habe eine Vermutung. Das sieht eigentlich ziemlich freundlich aus. Ich habe eine kleine Klinge, man. Klinge, bitte. Gehen wir euch eigentlich gerne noch töten, ja? Ich sehe ja wieder... Oh, da ist der Fette. Nein, 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 nein. Dünne Titanen sind sehr beweglich. Oh, ich lese es euch gleich vor. Also, liebe Freunde, 20 Minuten sind voll. Ich kann leider nicht drüber gehen. Ich versuche schon immer mein Bestes. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Effek und Titan.